Moin Leute, wir können zu einem neuen Folge hier vom Fikirowatzfang an. Zuerst, ähm, ich weiß, ihr wollt unbedingt, ähm, was man vorgehört und so sehen. Sehe ich ja auch in den, äh, den ganzen Anzeigen. Zeitlich gerade schwierig, zudem, dass, äh, ein paar Leute gerade nicht so Lust darauf haben, beziehungsweise gerade irgendwie so eine komische Zeit ist oder so. Also, es ist schwierig zu sagen, ähm, ich versuche am Donnerstag, versuche, kann es nicht versprechen, ich euch eine Folge Phasmophobie zu geben. Komischerweise, geht hier scheinbar nichts. Was ist das auf Private? Jungen, äh, ne. Macht ja, dauert ja Jahre, bis man hier mal fertig wird. Zwei von sieben, acht von zehn. Ach, Leute, ey. Schneller, schneller, hier, hopp. Ist das schon wieder das, oder? Äh, ich bin mir nicht sicher. Warten wir mal ab. Kann suchen. Leute, warum? Ich hab nichts gemacht. Okay, nochmal, sieben von zehn. Äh, 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 acht von zehn, zehn von zehn. Geht das jetzt los? Nur, dass ihr wisst, am Donnerstag versuche ich's. Versprechen kann ich's nicht, falls mir jemand das jetzt, äh, hier, weißt du. Aber ich bin guter Dinge, dass es so wird, weil Donnerstag hab ich keine Schule oder so. Aber ich werd halt mit anderen spielen, mit Randoms dann. Wahrscheinlich. Ja. Hörn. Ja. Hier muss ich rip-pauten, Alter. Ja. Dann. 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 in äh... Café d'Iteria... Sorry, mein Englisch ist immer noch zu gut. Wehe, die melden mich jetzt. Green or Red? Wehe. Wieso, Mel... Warum, mein Englisch ist immer noch zu mir, Junge? Wie blöd kannst du denn sein? Ich bin dein Kumpel. Wir müssen das zusammen machen. Eier, der Typ hat echt... weggesoffen. so... da... So, schlau Da steht einer, okay Hallo Was denn Noch einer ist tot Wo, wie, wo er holt What, what What, okay Weiß wird also Ich mach mal mit Weil wenn zwei, drei Leute da gleichzeitig Rauf gehen Okay Die sind zumindest nicht mehr auf die Seite hier So Die fliegt raus Gut So geht das schon mal Das wird eine gute Runde glaube ich sogar So, jetzt denken sie es ist grün So dezimieren wir die Zahl Oder minimieren wir Sie Sie Immerhin gleich weiter, oder Oh, wir haben sogar gewonnen Na ja, Leute Ich hab's natürlich euch das Video gefallen Wir haben gewonnen Legt doch mal in den Kommentaren Wir sehen uns dann damit morgen Warte mal, hat der Typ gehackt, oder warum Ähm Ich Bin jetzt mal Auf der guten Seite und sage einfach Wir haben fair gewonnen Aber Sonst Äh Blöd Naja, wir sehen uns dann damit morgen Also Tschüss Tschüss